Ja, hi, ich bin Reni. Ich freue mich sehr, den Abend hier heute zu eröffnen. Ich werde euch zwei meiner selbstgeschriebenen Songs präsentieren. Und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, weil ich bin Singer-Songwriterin. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich fühle sehr viel, dauernd, ständig, immer. Ich kann mich total begeistern für Sachen. Und ich vergesse dann schnell, dass es auch Menschen gibt, denen das wohl gar nicht so geht. Die wohl gar nicht so viel Euphorie, dauernd immer ständig für alles Mögliche haben. Und das ist auch voll okay, aber es ist manchmal so, es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn man sich dann so begegnet. Du hast Biologie studiert, ich hab das alles nie kapiert. Du meintest immer, Liebe ist nur Chemie. Meine Gefühle haben dich irritiert, dass es nicht wie deine Welt funktioniert. Warum rufst du jetzt an bei mir? Berg oder Meer, Tag oder Nacht. Du willst das eine, ich das andere. Am Ende haben wir gar nichts gemacht. Wir waren nie logisch. Ich, Herz und du verstanden. Manchmal frag ich mich, was uns überhaupt so lange gehalten hat. Du hast Biologie studiert, ich hab das alles nie kapiert. Du meintest immer, Liebe ist nur Chemie. Meine Gefühle haben dich irritiert, dass es nicht wie deine Welt funktioniert. Warum rufst du jetzt an bei mir? Warum wir so lange geblieben sind, was wir waren? Haben deine Freunde nie verstanden? Und meine Hand, dauernd gefragt, war es meine Hoffnung auf bessere Tage. Die Frage oder die Art, wie du Glück verstehst, dass es anderen ja noch schlechter geht. Du hast Biologie studiert, ich hab das alles nie kapiert. Du meintest immer, Liebe ist nur Chemie. Meine Gefühle haben dich irritiert, dass es nicht wie deine Welt funktioniert. Warum rufst du jetzt an bei mir? Hast du gemerkt, dass man nicht alles berechnen kann? Dass Gefühle kommen und gehen, völlig ungeplant da ist. Frag ich mich, als ich deine Nummer sehe. Du meinst, du hast noch was vergessen. Ich soll's dir schicken in einem Paket. Du hast Biologie studiert, ich hab dich nie kapiert, was soll das heißen? Liebe ist nur Chemie. Meine Gefühle haben dich irritiert, dass es nicht wie deine Welt funktioniert. Warum steh ich jetzt an deiner Tür? Warum steh ich dann jetzt an deiner Tür? Dankeschön. Vielen Dank. Falls euch das gefällt, die Musik, die ich mache, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da heiße ich Reni, R-E-N-I, Punkt Musik. Es steht da eigentlich mäßig schon, nur ein Punkt noch dazwischen. Genau, und mein zweiter Song, der schließt eigentlich inhaltlich direkt an, denn er heißt An deiner Tür. Gestern bin ich vorbeigegangen vorbei, vorbei an deiner Tür. Dass du da wohnst, weiß ich von einer Freundin, das weiß ich nicht mal von dir. Und wer hätte gedacht, was das mit einem machen kann. Eine Tür zu sehen, von der man weiß, man wird niemals durchgehen. Wir waren nie wichtig heute, wir waren nie richtig, weil so zumindest, wenn man dich nach uns fragt. Mich, mich fragt keiner und ich fühl mich alleine. Ich hab nicht mal geklingelt. Ich hab nicht mal geweint. Ich hab nur gehofft, dass du nicht siehst, dass ich unten stehe. Nur ein paar Meter zwischen dem Klingelschild und mir. Aber Welten zwischen mir und dir. Wir waren nie wichtig und wir waren nie richtig, also zumindest, wenn man dich nach uns fragt. Mich, mich fragt keiner und ich fühl mich alleine, als ich vor dir jemals war. Aber ist egal, ich komm schon klar. Ist ganz egal, ich komme klar. Ist egal, du bist mir jetzt egal. Ich hab so viel zu tun, zum Beispiel denk ich nicht an dich. Und manchmal, 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 manchmal lüge ich. Wir waren nie wichtig und wir waren nie richtig, also zumindest, wenn man mich jetzt fragt. Dich, dich fragt keiner und ich hoff, du bist alleine, als du von mir jemals warst. Dankeschön. Dankeschön.